So, liebe Zuschauer, das ist wie üblich unser schneller Ausblick auf den kommenden Börsentag. Ich spreche jetzt von Donnerstag, dem 17. Mai 2018. Ist der Wonnemonat auch schon wieder um die Hälfte rum und wir schauen mal drauf, welche Konjunktur- und Unternehmensdaten auf der Agenda stehen. So zum Beispiel um 8 Uhr am Morgen die aktuellen Angaben zu den Pkw-Neuzulassungen. Dann erhalten wir zeitgleich die Anzahl der Baugenehmigungen in Deutschland im ersten Quartal, also von Januar bis März. Darüber hinaus gibt es dann um 14.30 Uhr, wie fast an jedem Donnerstag, die Anzahl der Erstanträge auf US-amerikanische Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche und zeitgleich der Filifed-Index, der Konjunkturindex der Notenbank von Philadelphia in den Vereinigten Staaten von Amerika. Um 16 Uhr bekommen wir dann noch den aktuellen Stand des Index der Frühindikatoren in den USA für den Monat April und ein paar Unternehmen werden wieder ihre Zwischenbilanzen vorlegen. Zu denen gehören dann am Donnerstag Vita 34, Walmart Incorporated und Zooplus.